Ich war jetzt nicht auf der Suche nach irgendeinem Job, sondern ich habe immer gesagt, wenn es etwas gibt, wo man auch mittelfristig, langfristig was planen kann, wo man ein Projekt angehen kann, dann würde ich das gerne tun, weil ich dann auch die Leidenschaft habe, die ich dann dafür auch brauche. Heute ist ein sehr positiver Tag für den 1. FC Köln und ich bin sehr froh, dass sich Armin Fehn auch in so einer schwierigen Situation für uns entschieden hat und ich bin mir auch absolut sicher, dass er genau der richtige Mann ist. Wir werden relativ früh anfangen können, schon zu planen, was eben auch notwendig ist zu planen, um dann auch wieder wirklich einen starken FC zu sehen, weil auch nächstes Jahr, wenn das nicht so sein sollte, dass ein großes Wunder passiert und wir dann in die 2. Liga anfangen, dann müssen wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die sofort auch diese Favoritenrolle annimmt. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es ein super Wunder und dann würde ich mich viel mehr freuen, wenn wir in der Liga bleiben würden, aber ich bin sehr realistisch, was das anbelangt. Ich denke auch an die Zukunft und ich bin sicher, dass mir das sehr viel Freude macht und dass ich diesen Verein auch wieder dahin bringen kann, wo er eben vor, man muss ja denken, es ist ein halbes Jahr her, wir haben vier Jahre, so schnell kann man auch was kaputt machen. Das ist Sport, das ist manchmal etwas und das möchte ich eben langfristig, mittelfristig, langfristig möchte ich in diesem Club schon was hinterlassen.